Jetzt vor den Europa- und Kommunalwahlen wimmelt es in Stuttgart nur so von Wahlplakaten. Aber welche davon sind eigentlich gut gelungen und welche nur herausgeschmissenes Geld? Wir haben bei dem Kommunikationsexperten Professor Brettschneider nachgefragt. Naja, ein gutes Wahlplakat muss zunächst mal den Wählerinnen und Wählern gefallen. Nicht allen, sondern der Gruppe, die angesprochen werden soll. Und dann kommt es darauf an, wird da etwas transportiert ein Thema beispielsweise, wie hier bei den Grünen, das Radfahren oder auch das Wachstum in der Stadt bei der FDP. Also ein Thema sollte darauf sein. Möglichst auch ein Bild. Wir haben hier zwar ein Thema bei der Linkspartei, aber eben kein Bild. Die Bildplakate werden schneller wahrgenommen. Sie werden auch besser erinnert als die reinen Textplakate. Klar, Bilder sind teurer als reine Textplakate. Deswegen weichen Parteien, vor allem bei Kommunalwahlen, häufig auf die reinen Textplakate aus. Aber es ist ein bisschen eine verschenkte Kommunikationschance. Bei den Bildplakaten kann man dann nochmal unterscheiden. Sind das thematische Bildplakate? Wie hier bei den Grünen, wo man dann auch noch ein sympathisches Kind drauf sieht und Fahrrad, das ist ein Eyecatcher. Da wird sofort hingeschaut. Dann ist noch eine Botschaft dabei. Sowas funktioniert ziemlich gut in der Wahrnehmung. Die Kopfplakate, die unterscheiden sich sehr. Da gibt es gute und weniger gute. Das von der CDU ist ein besseres. Warum? Weil man nicht nur den Kopf sieht und den Absender, CDU, sondern es ist auch noch ein Thema drunter, Sicherheit. Wir haben allerdings in der Stadt ganz, ganz viele Kopfplakate. Da sieht man tatsächlich nur die Köpfe und dann noch einen Namen drunter. Und das war's. Und das ist rausgeschmissenes Geld. Das ist okay, um sich vielleicht ein bisschen bekannt zu machen bei der Kommunalwahl. Aber dafür gibt es bessere Wege. Reine Kopfplakate funktionieren in der Regel nicht. Irgendwann nerven die auch. Mit einem Thema versehen ist es was anderes. Neben den Bildern können auch die Slogans auf den Wahlplakaten echte Hingucker sein. Wir wollen von unserem Experten wissen, was die Parteien dabei beachten müssen. Das sind so vier Sekunden Betrachtungsdauer im Schnitt. Bei Plakaten mehr Zeit hat man nicht, es sei denn, man steht im Stau und ist gezwungen, sich ein Plakat länger anzugucken. Also diese Slogans sollen schnell wahrgenommen werden können, möglichst auch sich wiederholen. Das ist zum Beispiel jetzt wiederum bei den Grünen recht gelungen. Dem wird ja immer wieder vorgeworfen, sie seien die Dagegenpartei. Und das versuchen sie zu kontern, indem auf allen Plakaten steht, für was sie sind und nicht wogegen. Das wogegen, das haben wir eher gegen rechts bei der SPD, aber auch bei anderen, bei den Freien Wählern gegen Fachkräftemangel im Gemeinderat. Da ist dann auch noch eine gewisse Ironie mit dabei. Bei der AfD, unser Land zuerst, ist ein sehr einfacher Slogan, aber für deren Wählerschaft wiederum auch passend. So wie in den USA, America First oder Make America Great Again, Trump und wie das viele Rechtspopulisten überall in Europa machen, sagen, unser Land zuerst. Und das wird über solch einen Slogan schon auch transportiert. Jetzt wollen wir es aber genau wissen. Welches Wahlplakat hält Professor Brettschneider für gelungen und welches eher nicht? Das grüne Plakat, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, ist eins, was Menschen schnell wahrnehmen können und was nicht zu marktschreierisch rüberkommt, was auch nicht zu textlastig ist. Und wie gesagt, diese Bilder, die sind erst mal die Eyecatcher. Da wird hingeguckt. Übrigens etwa 70 Prozent der Betrachtungszeit von Plakaten entfallen auf die Bilder, wenn welche drauf sind. Die werden auch besser erinnert als die reinen Textplakate. Insofern ist das ziemlich gelungen mit der Dafür-Botschaft da noch erst recht. Die reinen Textplakate sind, wie gesagt, diejenigen, die jetzt nicht so gut funktionieren. Hier muss man ganz schön lange erst mal lesen. Jede Innenstadt hat das Recht, zu boomen. Zukunft von hier. Das ist kein Slogan, der jetzt sich sofort erschließt, sondern da muss man erstmal eine ganze Weile nachgrübeln. Die Plakate der CDU sind jetzt nicht wahnsinnig kontrastreich. Also diese neue Farbe, die da verwendet wird. Erstens haben die viele noch nicht gelernt und das ist wichtig. Für die Wahrnehmung von Plakaten kann man die dem Absender schnell zuordnen. Und dann, wie gesagt, fehlt hier auch ein Stück weit der Kontrast. Manchmal jedenfalls. Die Inhalte sind dann wieder was anderes. Da wird es Menschen geben, die finden das gut und andere, die finden es überhaupt gar nicht gut. Das liegt dann an der Botschaft und nicht am Plakat. Es wird ja häufig erst recht im Zeitalter von Social Media gesagt, Mensch, Plakate, braucht man die echt noch? Oder sind die nicht aus der Zeit gefallen? Sind das Dinosaurier? Und wir sehen aber in der Wahlforschung schon, doch, die sind wichtig. Sie haben eine Signalfunktion. Da ist jetzt Wahl. Die Wahl fängt an. Informiert euch. Und sie haben die Funktion, auf Themen hinzuweisen. Und zwar die Themen, die für eine Partei jeweils günstig sind. Für die Grünen ist es wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler am Wahltag vor allem an Umweltthemen denken. Für die CDU ist es die Sicherheit für die SPD, ist es die soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und so versuchen die Parteien, die Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken. Das können sie mit Plakaten ganz gut. Und letzter Punkt, die Plakate werden tatsächlich von nahezu allen wahrgenommen. Man kann ja an denen gar nicht vorbeilaufen. Man sieht sie. Und jung, alt, interessiert, nicht interessiert, das ist ein Kontakt. Und den haben wir eben bei vielen anderen Medien nicht. Am Ende macht es der Mix. Social Media Plus Plakate, plus Broschüren, plus Infoveranstaltungen auf dem Marktplatz, plus die vielen anderen Wege, die es auch noch gibt.